Jo, viele haben ja mitbekommen, die letzten Tage hatte ich ja Internetprobleme, deshalb habe ich mir jetzt einen WLAN-Vergalker gekauft, der hat 130 Euro gekostet, und ja, bis jetzt funktioniert alles wunderbar mit dem WLAN-Vergalker, und ich glaube, bis jetzt ist das Internet einermachen okay, wo ich dann, mit dem WLAN-Vergalker. Na ja, Leute, dann gucken wir mal, ob wir den Rocket League-Hopper losgehen. Wir haben einmal das, was hinten auf dem Auto gebracht ist, gängig haben wir natürlich noch die Glackierung vor Geil-Hunk-Rocket-Likon, gängig haben wir noch das hier vor Geil-Hunk-Rocket-Likon, gängig haben wir noch diese Alkoreifen in grün vor Geil-Hunk-Rocket-Likon, wenn ihr den Rocket League kauft, bekommt ihr auch im Fortnite, gängig haben wir noch die Geil-Hunk-Rocket-Likon, kauft ihr den Rocket League, bekommt ihr auch im Fortnite. Nein! So, gängig haben wir noch die Geil-Hunk-Rocket-Likon, von der Rocket League kollen, gängig haben wir noch von 9 Euro-Urocket-Likon, die Gого-Rocket-Likon, die agimiert werden, die Mega-Gey auch gehen. Immer noch kosten noch die G-Ge-Hunk-Rocket-Likon, so, der neue Event, gehe ich gerade, oh mein Gott, neue Event. Ja, bei Vorhin, also, okay, guck mal mal rein. Okay, wir haben die Galattierung, oh mein Gott, die geht von Geil-Hunk! alter peter liegen da ja auch mein gut ist dass die von gejahre auf mich von dann ja das kreuer aber die gejahre und das vor vier kommen vorgibt und danke vorher aber die von gejahre kann natürlich auch alles wieder einen kauf mehr bock auf verkauft ich das ein eintel und ja was kann nicht gehen da ja auch so er hat man natürlich noch die puma koppla schon die geht noch gestale so gerne könnte ich immer noch dann vormach koppla schon geht noch acht tage ja man könnte ich die gebangen ist hier noch okay das bange bleibt nur geil tage okay okay aber noch die überlegen ist die beim eigenen die tage okay so dann haben wir auch die gejahre packer geht vor ein euro von sie spricht aber auch das neuen euro paket und das war auch mit dem rocke ich habe video lachen aber gar lachen da oben gar und wir sehen uns beim nächsten mal wieder schau schau und schau wie gesagt ich hoffe ich euch jetzt über europäer kommen kann ich mich ändern aber ich mache jeden tag vor euch